Hier haben wir auch wieder mehrspuriges Abbiegen. Auch hier halten wir uns wieder auf der rechten Spur, um dann eben halt gleich beim Linksabbiegen nicht in die andere Spur zu kommen, weil die Orientierung ist auf der rechten Spur doch viel, viel leichter. Wir haben hier auf der linken Spur auch noch das Problem, dass gleich nach dem Abbiegen auf der linken Seite eine Abbiegespur kommt für die Firma, die hier auf der ersten Seite ist. Also nur zu leicht gerät man dann da auch auf die linke Spur, also sprich auf die Abbiegespur zu der Firma hin. Und da sollte man wirklich darauf achten, dass wenn man sieht, dass man mehrspurig abbiegt, also zweispurig nach links oder zweispurig nach rechts, dass man immer auf der rechten Spur bleibt. Beziehungsweise sich am Anfang schon in die rechte Spur einordnet. So, unsere Reise geht weiter. Jetzt machen wir den Schulterblick. Hier kann man auf der linken Seite die Abbiegespur zu der Firma sehen. Also auch hier immer versuchen auf der rechten Spur zu gehen.